Hallo und ganz herzlich willkommen. In dem kleinen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr in unsere Meta-Welt kommt oder an einer bestimmten Session teilnehmen könnt. Ich melde mich also hier mit unserem Tutorial-Avatar mal an und sobald ich angemeldet bin, bekomme ich eine Übersicht der verschiedensten Aktivitäten. Hier in der Mitte sind so zentrale Aktivitäten, da ist auf der einen Seite der Beginners-Guide und ihr könnt auch direkt hier in den Engage-Link gehen. Da sind immer so die aktuellen Großveranstaltungen aufgeführt. Auf der linken Seite habt ihr die Möglichkeit, an einer Sitzung teilzunehmen, hier oben im Bereich Events oder an Sitzung teilnehmen oder eine eigene Sitzung zu starten. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Ihr seht hier Events, das sind vordefinierte Veranstaltungen, die in so einer Liste stehen. Oder ihr könnt gucken, was ist denn jetzt gerade live, also was läuft gerade. Wenn hier kein Schlüssel ist, dann könnt ihr draufklicken und an der Veranstaltung, an dem Event teilnehmen. Oder aber ihr habt eine Session-ID, eine Sitzungs-ID, gebt die hier ein, klickt auf Teilnehmen und kommt dann in diese Session, in diesen Raum hinein. Das ist also die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ins Metaverse zu gehen. Da steht hier oben Link erforschen und sobald ihr dort drauf geht, bekommt ihr alle Welten des Metaverse. Und wir haben unsere eigene Meta-Welt dort im Bildungsplacer. Das heißt, ihr geht dort also rüber in den Bildungsplacer. Der wird dann geladen und der Bildungsplacer ist eine Ansammlung von verschiedenen Organisationen und Unternehmen, die ja im Education-Bereich unterwegs und tätig sind hier im Metaverse. Ihr seht, willkommen im Education-Placer. Und ihr seht, ihr habt eine Variation an den verschiedensten Portalen. Und zu unserer Meta-Welt kommt man recht leicht. Das ist hier rechts rum die Treppe rauf. Und ihr könnt euch da hoch teleportieren oder aber auch euch frei nach oben bewegen. Hier ist die XR42 Akademie. Und wenn ihr hier drauf klickt, springt ihr in die XR42 Akademie hinein. Das ist jetzt unsere Meta-Welt und auch in unserer Meta-Welt haben wir verschiedene Portale unserer Kunden, unserer Trainings involviert. Und dann könnt ihr in so ein Portal einsteigen und seid dann in dem Raum, in dem ihr hinein wollt. Das war es soweit. Kurzes Video. So kommt ihr in unsere Meta-Welt, in euren persistenten Raum, in die entsprechende Session. Ich bedanke mich bei euch. Bis dann. Tschüss.